Imani ist wach. Guten Morgen. Warte? Ja. Ey, wer hat dir denn diese schöne Blume geschenkt? Mama. Und von wem hast du sie? Von Baba. Mama hat sie von Baba. Wirklich? Ja, wirklich. Wow, Baba. Hallo. Hier ist Boni, guck mal. Guck mal, wie er den Ball holt. Schmeiß den Ball so weit du kannst und Boni holt den. Imani, was ist los? Hast du Stress mit Boni? Was ist das Problem? Ball. Ball ist das Problem. Er will dir den Ball nicht geben. Boni, bring den Ball zurück zu Imani, okay? Okay, Boni? Was? Boni, bitte. Bitte, Boni, bitte. Oh, nein! Boni, du sollst den Ball zu Imani bringen. Imani, Boni muss jetzt schlafen gehen. Wir müssen nach Hause. Peace. Bye-bye, Boni. Bye-bye, Boni. Bye-bye. Bye-bye. What are you doing? What's going on here? Wow, das ist ein wundervoller Gesang, Imani. Danke. Wir fahren jetzt zu Nada. Wir verbringen zusammen nämlich seine Mittagspause. Let's go oder let's go? Let's go. Let's go oder let's go. Let's go. Okay, let's go. I don't speak Portuguese. I can speak English. I don't speak Portuguese. I can speak English. They say so. Takata. 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 Takutu. Leute, wir sind bei Imanis Cousins. Imani, wo sind wir? Buckeys. Alles klar, Buckeys? Alles gut bei euch? Hey, willst du die Kamera essen oder was? Fast die Kamera nicht an, sonst haben wir ein Problem. Hey, du verrukte Vogel. Was willst du hier? Gehst du weg, ich mach nicht Curry. Du hältst. Die sind aggressiv. Ich meine, wie viele Enten sind hier gerade? 2, 7, 8, 9, 10. Sehe ich genauso. Hey, warum hat sie sie gehauen? Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Geh weg. Die Großen haben uns jetzt verfolgt. Geh weg, weg. Okay, wir geben den Kleinen jetzt, okay? Wo ist eine Kleine? Da. Und Leute, ganz wichtig, kein Brot. Weil vom Brot kriegen sie Verstopfung. Und wenn sie Verstopfung haben, können die nicht mehr kacken. Und wenn sie nicht mehr kacken können? Danke schön. Warum bekommt Mama so einen großen Stein und ich so einen kleinen? Einfach so? Siehst du die Ampel da vorne? Wenn sie grün ist, dürfen wir laufen. Jetzt. Komm, wir machen das noch einmal, damit sie lernen. Wir laufen jetzt fünfmal an dieser Ampel hin und her. Die Ampel ist rot, Imani. Ja. Grün. 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 Imani, noch eine Runde. Welche Farbe hat die Ampel? Ich weiß nicht. Du weißt nicht? Was ist das? Das ist eine rote Ampel. Rote Ampel? Sag mir Bescheid, wenn die Ampel grün ist, okay? Luisa, ich habe Hunger. Was essen wir jetzt? Was ist das denn für eine Frage? Stimmt, hast du recht. Imani, was essen wir jetzt? Jindawi-Bowl. Jindawi-Bowl. Komm. Jindawi-Bowl. Schmeckt so gut. Oh yeah, Jindawi-Bowl. Jindawi-Bowl. Imani, wonach schmeckt die Jindawi-Bowl? Ja, Jindawi-Bowl. Ja, Badane. Nach was noch? Jindawi-Bowl. Ey, Imani, willst du jetzt endlich runter von meinem Nacken? No. Guten Appetit. Guten Appetit. Du kannst doch nicht zuerst den Löffel essen. Ja. Erstmal die Jindawi-Bowl, dann den Löffel. Ey, was ist das? Eis. Nein, das sind gefrorene Himbeeren. Nur Eis. Ist das lecker? Ja. Wir machen jetzt auf jeden Fall Eis selber, weil dieses Kind kann nicht schlafen, wenn es zu viel Eis ist. Zu viel Zucker. Deshalb versuchen wir jetzt Eis zu machen und weniger Zucker. Ice Cream. Hast du Lust auf Ice Cream? Ja. Eis. Warte kurz, Imani. Oh. Das Eis wollen wir machen. Himbeer-Kokos-Joghurt-Eis. Was sind die Zutaten? Das werden wir jetzt sehen. 450 Gramm Himbeer. Mehr, Mann, mehr. Deckel rauf. What are you doing? What's going on here? Was ist das hier? Automatik? Automatik. Eis. 150 Gramm Kokos-Joghurt. Es gibt eine Regel für dich, okay? Ja. Nicht anfassen. Freust du dich? Ja, Eis. Und jetzt sind wir fertig. Taste Test. Imani probiert zuerst. Ist lecker? Ah. Guten Morgen, Luisa. Guten Morgen. Imani, wohin, wohin? Hier ist noch jemand drin, du musst dich benehmen. Excuse me, Sir. This girl is crazy. This girl only carousel in his head. He, she, in the head in circles. See you, Sir. Everything good. Imani. Wo ist Imani? Wo ist Imani? Okay, Leute. Wir brauchen ein Taxi. Und ein Taxi. Baba, gut. Wir nehmen uns jetzt Schlittschuhe und dann geht's los. Jetzt bekommt Imani Schlittschuhe. Guck mal, die sind für Imani. Imani fährt das erste Mal Schlittschuhe. Bist du bereit? Yes. Es geht los. Es geht los. Macht du was? Ja. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben wir noch heute. Seid eingeschlafen. Baba. Ich bin. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann nehmen wir noch heute. Ich bin dann. Ich bin da. In da. Bin da. Bin da. Aber da. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.